willkommen zurück meine lieben zuschauer bei fes und ja wir sind endlich wieder beim glockenturm angekommen bei diesem hier hier nein da bei diesem glockenturm und wollen mal gucken dass wir von da aus noch alles aufräumen was es so zum aufräumen gibt also erst einmal vermute ich dass da unten irgendwo noch eine tür ist an die wir nicht drankommen so lange wir das wasser nicht gesenkt haben wie das geht müssen wir auch herausfinden das wird vielleicht beim wasserfall oder im hauptgebiet gehen also hier im haupt hub oder vielleicht hier beim leuchtturm hier unter dem leuchtturm gibt es nämlich auch noch ein gebiet und natürlich gibt es diesen habe hier noch wir haben also noch viel zu tun aber jetzt wollen wir uns erst einmal um die glocke kümmern denn wir haben ja immer noch dieses zähler artefakt hier und ich will mal ausprobieren ob ich vielleicht dahinter kommen wie das funktionieren soll ok hoch weil auf dieser glocke sind auf jeden fall nun mal eingetragen das hier könnte wie ich vermute die 1 sein und da gibt es ja noch hier oben entweder die 10 oder die 0 gucken wir mal kurz naja hier haben wir das obere das könnte sogar wirklich stimmen dass das hier die 10 ist weil ich glaube nicht dass es darauf ankommt wie in welcher reinfolge wie die seiten läuten sondern wie oft wie die glocke läuten könnte ich mir jetzt vorstellen weil ansonsten hätte das so sinn gemacht mit 123 und 4 aber das hat er nicht geklappt wird wir werden wir wahrscheinlich die seite einmal leuten müssen die seite das könnte vier sein oder das könnte sechs sein müssen wir beides mal ausprobieren und das hier könnte fünf oder so sein ja müssen wir wie gesagt ausprobieren wie viel das hier ist ok also ich versuche es mal folgendermaßen 1 hier versuche ich es jetzt gleich mal mit sechs also 1 1 2 3 4 5 6 so das hier ist vielleicht drei oder fünf ich versuche es mal 5 1 2 3 4 5 und dann hier zehn mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und zehn ok das war schon mal nicht richtig aber ich denke trotzdem immer noch dass das hier 10 sein könnte und das hier 1 also versuchen wir mal 1 jetzt versuchen wir hier vier also 1 1 2 3 3 4 hier versuchen wir jetzt nur 3 1 2 3 und hier nochmal 10 1 2 3 2 4 5 6 6 7 7 8 9 10 auch nicht ok versuchen wir 1 dann versuchen wir hier nochmal 6 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 ok das mit der 6 war richtig und scheinbar war das andere die 3 damit hätten wir jetzt das secret hier abgehakt cool also das ist nochmal die würfel ansehen dass da nur anders drum ist eine 3 also wenn der punkt oben rechts rechts ist ja und dass da das hier auf die seite gedreht ist 6 und das hier oben hier ist der viel ist wirklich 10 also muss das hier unten 0 sein lässt sich daraus irgendwie ein muster erkennen ja vielleicht so einigermaßen scheinbar dass ich hier nicht mit der maus kann zwar mit der maus aber sie kein maus zeug weil wenn ich mir das wahre sehe wenn ich dieses gebilde hier nehme und jetzt erst jetzt mal 90 grad im uhrzeigersinn drehe was ich habe vermutet habe dass das eine 2 ist und die beiden übereinander lege und da die öffnungen sehe und die weg mache dann könnte das wie eine 3 aussehen dann also wie das was wir da gerade der glocke als 3 hatten ich muss euch das vielleicht mal auf einem papier zeigen in der nächsten folge oder so lende ich vielleicht kurz ein papierchen ein aber gut wir haben das gelöst wo geht es hier nochmal hin nachher geht es darüber und hier müssen wir wahrscheinlich auch erst wasser ablassen bevor wir hier weitermachen können da geht es zurück zum haupt ding und dann geht es nur noch da entlang aber da waren wir überall schon ok da geht es jetzt zurück zum haupt hub denn ich will jetzt erst einmal wieder zurück in die in das gebiet mit den vielen türen da hinten kann man die glocke wieder sehen auch gut von hier gibt es noch eine eine tür aber dies wird wahrscheinlich auch dort unten wieder sein so gehen wir mal zurück in den raum hier ich will mir nämlich jetzt endlich mal die anderen türen ansehen damit ich mal so eine vermutung habe was auch auf uns zukommt erst einmal hier geht sie da hoch da wollen wir aber nicht hin erst einmal in die vierer oh das sieht aber klein aus sieht ein bisschen aus wie eine antike verlassene stadt hallo raupe hier ist schon mal nichts drin außer antike zeichnungen und eine raupe und hier können wir auch das ding nicht drehen merke ich gerade ok die stadt scheint ja nicht groß zu sein da können wir uns hier erstmal umgucken bevor wir uns wieder das große gebiet aufmachen hier ist nur ein teil drin und hier hier bieten sie eine eule an ok auf der anderen seite sehe ich soweit nichts interessantes da geht es jetzt wohl hier hoch hier jup was haben wir hier einen kochtopf und sogar feuerholz für den kochtopf also ja das hier ist nur ein kleiner abschnitt aber ein überschaubarer jo das ist nur ein riesiges schwarzes loch ist das wirklich nicht mehr nein es ist nicht ok so dann noch das hier einsammeln und wir haben das hier schon aufgeräumt und wieder einen würfel zusammen ok dann gucken wir uns mal die anderen beiden gebiete an die wir von hier aus erreichen können ok das war jetzt mal wirklich nur klein gucken wir uns mal in das gebiet hier und ins dorf müssen wir auch irgendwann wieder zurück da fehlen uns ja auch doch drei räume aber erstmal hier reingucken ok hier regnet es und wir sind wieder in einer city gelandet wie groß ist das das ist auch nur klein und hier stehen wieder symbole ok naja hier werde ich auch irgendwann mal den ziffern müssen vielleicht off screen dazu kann ich ja muss ich mich wahrscheinlich mit dem ding hier auseinandersetzen mit den symbolen hier das symbol dazu zb in dem text mehrmals auf seltsam ist das nicht dasselbe symbol irgendwie drehen kann ich das nicht da ist es auch schon wieder naja gut damit befassen wir uns da befasse ich mich da mal auf screen und sage euch ob ich was herausgefunden habe oder ob ich vermutungen habe hier scheint es ja auch wieder recht überschaubar zu sein in dieser kleinen verlassenen city da oben ist das entwickler logo auf dem wasserturm äh ja gibt es hier was ja hier gibt es auf jeden fall was naja guckt euch das da an diese wandtafel ok das mache ich dann nachher in der nächsten folge wahrscheinlich gehe ich nochmal da rein und gucke mich da noch mal um jetzt gucken wir uns erstmal die anderen an hier drin ist gar nichts und hier oben hier ist auch nichts die einzige türe die ich gesehen habe ist die hier gewinnt hier rein hier gibt es nur einen würfel und dann würde ich sagen mache ich hier erst einmal wieder einen cut da gucken wir uns da unten die letzte türe an und hier nochmal in den rätselraum also bis dann